Gesundes Arbeiten mit dem Deskbike. Mit einem Handgriff das Deskbike einfach unter den Schreibtisch schieben. Und auf die Körpergröße anpassen. Das Bein auf der unteren Pedale sollte fast durchgestreckt sein. Den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn lösen und leicht herausziehen. Anschließend den Sattel auf die richtige Höhe einstellen. Erst wenn der Kolben eingerastet ist, den Drehknopf wieder im Uhrzeigersinn festziehen. Am Schreibtisch die richtige Sitzposition einnehmen. Das heißt, wenn der Unterarm auf der Tischkante liegt, sollten Ober- und Unterarm einen 90-Grad-Winkel bilden. Gegebenenfalls die Tischhöhe anpassen. Entspanntes Fahren durch individuell einstellbaren Widerstand. Einfach den unteren Drehknopf in die entsprechende Richtung verstellen. Bitte folgendes unbedingt beachten. Vor dem Fahren testen, ob auch alles rüttelfest ist. Der Schreibtisch muss stabil stehen. Viel Spaß beim aktiven Arbeiten mit dem Deskbike. Untertitelung des ZDF für funk. Untertitelung des ZDF, 2020